Ich bin Joachim Zucker, ich arbeite an der Hamburger Volkshochschule, bin dort Teamleiter im Marketing und kümmere mich ein bisschen mit der anderen Hälfte um das digitale Lernen. Und das werde ich in Zukunft noch mehr in Eigenregie machen. Volkshochschulen haben im Moment noch keinen sehr direkten Zugang dazu. Das liegt ein bisschen darin, dass Volkshochschulen nicht den Content selber produzieren. Wir haben große Partner im Verlagsbereich, die für uns Unterrichtsmaterialien erstellen. Die anderen Unterrichtsmaterialien werden überwiegend von den Kursleitungen erstellt. Das heißt, wir haben an denen vielleicht Nutzungsrechte, wir haben keine Urheberrechte da dran. Was wir aber haben, ist durch unsere Größe, also wir sind 940 Volkshochschulen, haben 200.000 Kursleitungen. Und trotzdem ist es so, dass wir in der Fläche für viele Angebote keine geeigneten Kursleiter haben. Und da wäre es natürlich gut, wenn wir im gemeinsamen Netzwerk OER-Materialien herstellen, die diese Kursleiter sich sozusagen aneignen können, damit wir auch wirklich in jedem Dorf über digitale Gesellschaft, über digitale Bildung sprechen können. Was ist die Zukunft der Volkshochschulen? Viele Volkshochschulen sind Teil dieser Gesellschaft. Wir erleben hier eine große Digitalisierungswelle, die vor keinem Bereich Halt macht. Viele Volkshochschulen sagen, sie sind sozusagen Hüter der Präsenzlehre. Also zu uns kommt man. Das ist auch richtig, das sind wir auch. Und trotzdem ergänzen wir das zunehmend durch digitale Inhalte. Auch vor dem Hintergrund, dass unser Auftrag ist, möglichst viele Menschen zu erreichen. Das heißt, wir wollen auch in die Fläche, aufs Land, wo nicht jeder zu uns kommen kann. Wir wollen zum Beispiel auch inklusive Angebote machen für Menschen, die immobil sind. Und das geht eigentlich nur mit digitalen Mitteln. Und ein Auftrag der Volkshochschule ist es, Menschen für die digitale Gesellschaft fit zu machen. Sie in der Qualifikation Teilhabe in dieser Gesellschaft zu haben, vorzubilden. Und das ist ein Auftrag. Und dem können wir uns dann nur stellen, indem wir genau diese Digitalisierung auch nutzen. Weil man kann nicht über Digitalisierung reden. Man muss es machen. Man kann auch nicht über das Autofahren erzählen, wenn man selber nie im Auto gesessen hat. Volkshochschulen werden OER-Inhalte erstellen. Es ist noch nicht ganz klar, in welchem Rahmen das geschieht. Die Volkshochschulen haben über ihre Verbände ein Konzept entwickelt, das heißt erweiterte Lernwelten. Dazu gibt es aktuell einen Masterplan, der im Sommer 2016 verabschiedet wird. Und im Rahmen dieses Masterplans gibt es also eine Produktentwicklung, also Programmentwicklung. Es gibt die Herstellung einer technischen Infrastruktur. Es gibt Fortbildung. Und es gibt den Bereich des Vertriebes, der Vermarktung von Produkten. Und in diesem Rahmen wird es sicherlich auch Fortbildung und eine technische Infrastruktur für die Produktion von OER-Inhalten geben. Aufnehmen. Aufnehmen! Untertitelung des ZDF, 2020